Ja, und da sind wir wieder, ähm, wir, ähm, ich hab jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wie das jetzt funktioniert, aber ich hoffe, ich hab den Trick durchschaut. Ich muss jetzt damit, dass da treffen, denke ich jetzt mal, und, äh, das will mir aber irgendwie nicht gelingen. Sorry, ich hab, äh, ich hab, musst du noch schnell die Uhr einstellen, und jetzt hätte ich das doch mal schon hingekommen, ne? Nein, das gibt's doch nichts. Ah, okay, super. Ah, puh. Äh, das sieht alles sehr, da sind vier Gefangenen. Ach, ey, komm. Wir gehen erstmal als Deko da runter. Wir gehen erstmal als Deko da runter. Oh. So leichtes Feen sammeln. Mal gucken, ist noch irgendwo einer? Nein. Da ist noch einer. Und ich glaub, da oben ist jetzt auch noch einer, die hab ich gesehen. Das ist Feen Nummer 3. Den haben wir alle. Fast alle. Feen. Oh, ich will das Feen noch können. Und den Schalter dann abdeben. Komm schon mal ein bisschen, ja? Und, äh. Ich glaube, da bin ich ein bisschen verarschend. Alter. Was ist das denn zu... Das kann man ja nicht auseinnehmen. Junge. Äh. Nein. Das regt mich auf. Das regt mich ganz doll auf. Sowas regt mich einfach auf. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Was soll das? Ich mein... Moment. Machen wir es anders. Ich denk mal... Doch, da müssen wir es so gut. Jetzt ist das Feuer weg. Aber... Als Zelda-Fan weiß ich, dass das Feuer da nicht für immer weg ist. Boah, was ist jetzt los? Ich hab mir jetzt grad übelst gehabt. Junge. Das ist doch echt... Nicht normal. Und da ist das Feuer wieder an, weil unser Volltrott hier nichts auf die Reihe bekommt. Wäre das meine Schuld wenigstens gewesen, dann... Was ich meine, okay, ich könnte hier einfach so hochfliegen, dann wäre das gar kein Problem gewesen. Ich versuche den jetzt von hier zu treffen. Nein, kann er gar nicht treffen. Jetzt aber, Junge! Und jetzt gehst du da in die Blume rein. Und gehst da hin. Braber, Mann. Und gehst da auch rein, bitte schön. Dankeschön. Ach nein, jetzt muss ich doch auf die andere Seite. Egal. Oh nein, ich muss da die Fähre auch nochmal nehmen. Ich habe noch neun Pfeile. Also. Mit dem Gamepad wäre das alles wesentlich leichter. Ich habe keins. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall kann ich denn den End-Boss in einen Part stecken. Jaaa, super. Jetzt habe ich Alephine. Aber. Junge. Jetzt habe ich alle fehlen, aber ich muss gar nicht zu der Scheißfeder. Deswegen steht es da ja nicht. Was? Ich muss ja eigentlich... Oh. So ein bisschen so was kostet mich schon an. So. Ich habe jetzt alle fehlen. Das ist wunderschön. Aber. Junge. Reg mich nicht auf. Du hast es vorhin geschafft. Okay. Alles wird gut. Alter. Ich kann sowas echt nicht ab. Nein, das... Guck. Ich kann gar nicht richtig darauf zielen. Und. Was? Ich verzweifle. Das war mein letzter Pfeil. Ich will das nicht. Ich habe ein gutes Zeichen gefunden. Ich habe ihn für mich gebetet. Ich habe ihn für mich gebetet, meinen Kanal. Ich habe ihn für mich gebetet. Ein perfekte Zudel. Ich werde mich verletzt. Erleichterung. Moment. Und wir haben es geschafft. Hurra! Ich bräuchte aber eigentlich lieber irgendwie Pfeile. Okay, dann keine Pfeile. Na gut. Das war der schwierige Part. Sage ich jetzt mal so. Und wir stehen hier vor dem letzten, von der letzten Tür. Wir haben den Master-Schlüssel. Und, ähm, ja. Klickt wieder das nächste Video an, wenn ihr den Boss sehen wollt. Ich bin selbst gespannt, ob ich den überhaupt hinkriege. Okay. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.